Die Huguenotten kommen zurück in eure Häuser! Die Huguenotten kommen! Frankreich im 16. Jahrhundert. Ein Religionskrieg zerreißt das Land. Fanatisch kämpfen Huguenotten und Katholiken um die Macht. Der König ist schwach. Eine Marionette in der Hand seiner skrupellosen Mutter. Die Menschen sind voll Hass. Sie wollen Blut sehen. Doch inmitten von Intrigen, Mord und Wahnsinn greift ein Mann nach der Krone. Ich bin der König von Navarra. Wer mir jetzt nicht folgen will, der kann gehen. Und legt den Grundstein für eine neue Welt. Jeder in meinem Königreich soll denken und glauben dürfen, was er will. Diese Freiheit gibt es nicht. So groß er ist, auch er ist sterblich. Wenn ihr ihn nicht gewinnen könnt, vernichtet ihn. Das ist immer auch geschehen. Ich habe keine Schuld. Was habt ihr getan? Ich werde euch nicht heiraten. Ich würde keine Frau zu etwas zwingen, was sie nicht gern tut. Ihr hättet auch nicht die Macht dazu. Ich gehe aus von euch! Henry IV Untertitelung des ZDF, 2020